Wir haben schon einen schönen hier. Ja, aber leider geht es nicht allen Menschen so gut wie uns. Ja, das stimmt. Und darum mache ich mir ein Projekt. Ich bin Sandra, Musikerin aus Appenzöll und meine Ressourcen und Musik möchte ich nutzen, um Flüchtlingen zu helfen. Und ich bin Ishtar, Yoga-Lehrerin. Mit Yoga und Sound meiner Schwester zusammen mit ihren Musikerkollegen organisieren wir eine Benefizveranstaltung am 3. November in Appenzöll. Zu Fixkosten wie Zahlmöde oder Werbung können Sie decken, brauchen wir deine Unterstützung. Erstes Zimmerkauf von 1'600 Franken macht der Anlass möglich. Egal wie viel du kannst geben, jeder Beitrag ist wertvoll. Unser Beitrag von dem Anlass ist, die Menschen zusammenzubringen, die für die HPI die Humanitär-Piloten-Initiative spendet und so die Rettung von Menschenleben möglich macht. Stimmen wir zusammen ein für mehr Menschlichkeit. Danke.